Eine junge Uni mit modernen Lernmethoden, Professoren, die ihre Studenten beim Namen kennen und eine außergewöhnliche Location im Herzen des Salzburger Seenlandes. GoTV stellt dir die Privatuniversität Schloss Seeburg und ihr semi-virtuelles Lernkonzept vor. Hallo, mein Name ist Achim Hecker, ich bin Rektor der Privatuniversität Schloss Seeburg und ihr seht GoTV be part of it. Du möchtest mehr sein als eine anonyme Matrikelnummer in überfüllten Hörsälen? Dann ab auf die Privatuni Schloss Seeburg, die nicht nur ein exklusives Studentenerlebnis mit besonders kleinen Gruppen bietet, sondern auch ein innovatives, semi-virtuelles Lernkonzept. Mehr weiß Rektor Achim Hecker. Das Besondere ist, dass es auf der einen Seite eine internetbasierte Lernplattform gibt, auf die kann man von unterwegs aus, von zu Hause aus, von überall auf der Welt auf zugreifen, auch mit App. Und dann kommt man dreimal für eine Woche im Semester hier an die Uni und dann wird sehr intensiv in kleinen Gruppen dieses Wissen nochmal wiederholt und dann eben auch ganz konkret angewendet in Fallstudien, aber auch in Praxisprojekten, die wir gemeinsam mit Unternehmen durchführen. Und das bietet am Ende ein zwar wissenschaftlich fundiertes, aber auch sehr praxisorientiertes Studium. 2007 gegründet, beherbergt die Uni Seeburg inzwischen 700 Studenten. Der Schwerpunkt der Studiengänge liegt dabei im Wirtschaftsbereich, aber nicht nur. Einmal bieten wir natürlich ein ganz klassisches BWL-Studium an, wobei man sich dann auch weiter spezialisieren kann. Dann zum zweiten haben wir den ganzen Bereich Sport und Eventmanagement und da sind wir einer der wenigen Anbieter hier in Österreich und das ist das passende Studium für Studierende, die sich sehr für Sport interessieren. Dann zum dritten haben wir Studienangebote in der Wirtschaftspsychologie, die im Prinzip Themen der Betriebswirtschaftslehre und der Psychologie verbinden und das kann zum Beispiel in Richtung Markt- und Werbepsychologien gehen oder Arbeits- und Organisationspsychologien gehen. Und was denken die Studierenden selbst über das pürstliche Studieren im Schloss? Ich studiere an der Privatuniversität Schloss Seeburg, weil ich hier die Synergien aus meinem Arbeitsleben, also ich bin berufstätig, verbinden kann mit dem Studium. Da es sehr viele virtuelle Lernphasen gibt, kann man das eben optimal mit einem Beruf kombinieren. Es ermöglicht einem einfach auch nebenbei noch verschiedenste Sachen auszuprobieren. Wirtschaftspsychologie kann man ja nicht so oft studieren in Österreich und hier habe ich eben diesen semi-virtuellen Vorteil, dass ich eben arbeiten gehen kann und studieren. Das Studienkonzept ist einfach außergewöhnlich und bietet sehr viel Freiheit und viele Möglichkeiten und das hat es sehr spannend gemacht für mich. Also, informiere dich jetzt über das Studium am Schloss Seeburg am Tag der offenen Tür am 10. März auf der Best in Wien oder unter www.uni-seeburg.at oder du machst dir gleich einen Beratungstermin aus.